Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Unwaxing. Unwaxing. Okay, normal. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Unwaxing auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Luchest. Juhu! Luchest hat mir noch eine weitere Box geschickt und ich freue mich natürlich mega darüber, wie immer. Ich bin ja immer wie so ein kleines Kind, ich freue mich einfach immer. Und ja, wer nicht weiß, was Luchest ist, der kann gerne mal auf der Internetseite www.luchest.de nachschauen, ob das auch was für euch ist. Ich finde das super, also das lohnt sich auch preis-leistungsverhältnismäßig sehr, sehr, sehr. Und ich habe schon mal reingelögen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Und ja, wir schauen uns das immer noch mal gemeinsam an. Wir machen die Box auf und gucken, was da so drin ist. Heute haben wir dieses Buch. Nein, das ist dieses Luchest Handbuch, das ist immer dabei. Da steht dann noch mal drin, was in der Box drin ist und 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 und. Noch so ein paar Informationen, also das ist so ein Infoblatt. Braucht einer, wie es aber schön lang dabei ist. Dann haben wir von Warcraft, Warcraft, der Film Lothar vs. Hordeverrier Greer de la Horde. Ihr wisst Bescheid. Hier, Warcraft. Kennt ihr vielleicht den Film? Ja, das ist auf jeden Fall anscheinend ein Org. Sieht auch recht freundlich aus. Und ein Mensch, würde ich jetzt mal behaupten. So ein Ritter oder irgendwie sowas in der Art. Hier könnt ihr es noch mal sehen. Noch mal von hinten. So sieht das Ganze aus. Finde ich sehr cool. Ich bin jetzt nicht unbedingt so ein Fan von sowas, aber ihr wisst ja, ich sammle ja immer alles. Dann habe ich gesehen, dass das wundervolle Teil da drin ist. Eine Amazon Mix Volume 2. Und ein paar von euch kennen das vielleicht. Das ist von Guardians of the Galaxy. Das ist ein richtig geiler Film. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, solltet ihr es auf jeden Fall machen. Und Darwin verbirgt sich. Moment, es ist nicht richtig drin. Ich möchte es ja auch richtig zeigen. Das hier. Und zwar ist das ein Sinister. So macht Kino Spaß. Kino Gutschein. Und zwar kommt man damit zu einem vergünstigten Preis ins Kino. Und zwar für 6,50€. Soweit ich das hier lese, oder? Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhält. Erinnere aber an einen Teil in den Kinos der Sinister Gruppe. Einmalig eine vergünstigte Eintrittskarte für 6,50€. Ja Freunde, das ist doch schon mal was. Hier habt ihr den Code. Wer schnell genug war, kann jetzt günstiger ins Kino. So, also die war dabei. Die Box ist richtig cool. Die kann man auch hier so, ich glaube das kann man auch rausnehmen. Ja, kann man auch rausnehmen. Und dann kann man da noch irgendwas anderes cooles reintun. Was auch immer ihr euch da reintun möchtet. So, die Box. Dann haben wir, das möchte ich jetzt gerne zuerst zeigen, einen Snack. Und zwar Bananenpulver. Und wie wir es aus dem letzten Video schon gewohnt sind, probieren wir das direkt mal wieder vor Ort. Topfruits. Candy. Sherbet. Was auch? Oh. Also, riechen tut es auf jeden Fall schon mal nicht. Eigentlich riecht es doch gar nichts. Sind wir mal ehrlich. Schmeckt gar nicht künstlich. Total natürlich nach Banane. Das ist auf jeden Fall very sweet. Ja, also Candy. Es ist auf jeden Fall ein Candy. Ja, hier nochmal. Das ist auf jeden Fall eine kostenlose Beigabe. Sehr nett, dass man sowas dazu legt. Dann haben wir ein T-Shirt. Ich zeige euch erst dieses T-Shirt hier. Ähm, das packen wir jetzt mal aus. Hier sind nämlich zwei T-Shirts drin. Weil eins ist, glaube ich, dieses Plus-Upgrade oder so. Also dieses extra-Gedit. Packen wir gleich aus. Jetzt gucken wir uns erstmal das hier an. Und zwar sieht das wie folgt aus. Bäbäbäbäm. Moment. So sieht das Ganze aus. Slave. Unslave. So, ihr wisst Bescheid. Ähm, das ist, glaube ich, von Bioshock, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das ist so ein Big Daddy, heißt der, glaube ich. Äh, kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so gut mit aus. Aber, ähm, ich glaube, das ist von Bioshock, ja. Und, äh, das finde ich sehr geil, weil das ist ja so ein bisschen wie dieses Obby. Kennt ihr ja bestimmt. Und, ja, das, äh, finde ich sehr, sehr schön. Und das kann man bestimmt mal gut draußen anziehen, wenn jetzt bald der Sommer mal kommt. Wenn er denn kommt. Dann haben wir hier noch, ich glaube, das ist auch wieder gratis. Ja, steht auch gratis drauf. Äh, eine Leseprobe aus den neuen vier Serien. Supergirl ist auf jeden Fall schon mal drauf. Oder wie heißt die? Heißt die überhaupt Supergirl? Nee, ist Wonder Woman. Genau. Wonder Woman und Superman, Batman und noch irgendeine, ja. Also hier seht ihr, das ist so ein richtig typischer Comic, glaube ich. Ja. Wie man Comics halt so kennt, ne? Oh, da ist gerade Superman in Action. Wo ist er? Da. Sehr interessant. Äh, ich finde solche Comics eigentlich immer ganz cool. Vor allem, wenn die kostenlos dabei sind. Warum nicht, sage ich dann immer, ne? Und für Comic-Fans genau das Wichtige. So, Freunde. Jetzt zeige ich euch erst, bevor wir zum Highlight der Box kommen, das andere T-Shirt. Da weiß ich leider gar nicht, was das ist. Deswegen gucke ich jetzt mal. For Woman. Steht auf jeden Fall drauf. So. Street Judge. Trainee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich habe keine Ahnung, für was das steht. Mega City One. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Academy of Law. Wir sind in der Akademie, Freunde. Es ist soweit. Ja, also so sieht das aus. Auch sehr cool. Ich finde T-Shirts kann man ja nie genug haben, ne? Und sowas finde ich immer sowieso sehr geil. Kann man durchaus auch mal gut kombinieren. Für die Mädels, ne? So, Freunde. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight dieser Box. Es ist so schön. Ein weißes Brech. Nein. Achtung. Achtung. Did it. Freu mich gut. Gryffindor. Und deswegen habe ich mich auch heute schon passend angezogen. Auch mit einem Gryffindor Shirt. Und es ist Liebe. Harry Potter und ich. Forever in love. Ja, also dieses Gryffindor ist auch ziemlich, ihr seht schon, ziemlich hart. Und das scheint auch sehr hochwertig zu sein. Golden Planet Prince. Also, ja. Scheint auf jeden Fall sehr hochwertig zu sein. Das ist auf jeden Fall noch dabei. Und das werde ich mir auf jeden Fall irgendwie hier irgendwo hinstellen oder an die Wand machen. Wie auch immer. Das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ich denke, viele von euch finden das auch voll geil. Denn ganz viele von euch sind Harry Potter Fans. Das weiß ich zufällig. Und ja, Freunde. Dann sind wir auch schon am Ende der Box. Die Box ist leer. Wir haben angeboxt. Mal wieder. Und ja, die Unboxen gefallen euch ja eigentlich sehr gut. Das freut mich auch sehr. Ich mache das auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde das immer sehr, sehr geil. Und vielen Dank nochmal an Lucia, dass ihr mir einfach so noch eine Box geschickt habt. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Und ja, das Gryffindor Schild, das hat es einfach rausgehauen. Das ist richtig geil. Aber auch die anderen Sachen waren diesmal in der Box wirklich richtig gut. Ich fand die Box sehr, sehr gut. Hier die Dose zum Beispiel. Die finde ich auch mega. Die beiden T-Shirts sind geil. Außer diese Warcraft-Figuren ist eigentlich sonst... Eigentlich sonst ist alles geil, ja? Kann man so sagen. Ich finde sonst alles geil. Die Warcraft-Figuren sind auch cool. Aber ist halt nicht so mein Ding. Vielleicht steht ja jemand von euch voll drauf. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Na ja, sagt mir auf jeden Fall, wie euch dieses Unboxing hier gefallen hat. Ich werde mir jetzt noch eine Banane essen, ja? Und ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und ihr mehr sehen wollt, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ja, ich sag dann mal bis demnächst. Bis zu einem neuen Unboxing oder sonst wo, wo wir uns auch immer sehen werden, Freunde. Und ja, ich würde sagen, hau da rein. Ciao! Kranker Scheiß, der hier abgeht. Oh.